So, damit begrüße ich euch zum Rest des Streams von gestern. Ich musste den ja leider abbrechen, da mein Internet weg war. Und irgendwie ist gestern in dem Stream sowieso viel schief gelaufen. Erst war der Ton ingame weg und ich hab's nicht gemerkt, bzw. man hat's mir nicht geschrieben. Dann war, hm, mein Internet nicht gut. Aber immerhin waren wir storytechnisch erfolgreich, also wir sind weitergekommen. Das darf man wohl auch nicht vernachlässigen. Ja, das heißt, wir gehen jetzt heute zurück nach Stronghold. Ähm, und gucken, dass wir, ähm, den Mönchen zu Ende helfen können. Ähm, oh, das ist jetzt hier natürlich ganz doof. Äh, ich möchte den Mönchen natürlich zu Ende helfen. Ähm, so, jetzt. Ähm, und natürlich möchte ich dann mit euch... Ich hab an der Stelle, wo mein Internet abgeschmiert ist, übrigens einfach abgespeichert, das Spiel. Also, eigentlich... Ähm, eigentlich... Ja, ihr seht's jetzt sogar schon, warum auch immer ihr das seht. Aber das ist nicht stimmen. Ähm, also wir haben... Das ist eigentlich ganz nice. Ähm... Wir haben... Was ist das letzte? Ja. Ja, hier diese Pech... Äh, das Pech platziert und... So ein bisschen was gemacht. Dann hab ich, glaub ich, noch ein paar Werkereien platziert. Genau. Ähm, und... Dann war der Stream irgendwann weg. Ja, genau, hier war er weg. Ähm, und das heißt, wir werden sozusagen an dieser Stelle jetzt hier dann weitermachen. In der Hoffnung, dass es passt. Irgendwie ganz nett, dass es hier dann doch sogar noch so war. Ähm, dass es gezeigt wurde. Äh, ähm, und dann können wir nämlich an der Stelle weitermachen. Guck mal, ich konnte euch sogar die Stelle zeigen, wenn wir heute weitermachen. Ist doch mega cool. So, und jetzt, bevor ich hier anfange, da ich in diesem Projekt nicht sehe, ob der ingame Sound an ist, checke ich das einmal kurz. Wenn ich in diesem Projekt nicht sehe, ob der ingame Sound an ist, checke ich das einmal kurz. Ja, das ist ja auch kurz. Ja, ich COVID-19. Jetzt kann ich mir noch mal wiederholen. Okay. Ich COVID-19. Ich COVID-19. Du bist bist du bist. Ich COVID-19. Ich COVID-19. Was. Ich COVID-19. Ich COVID-19. So, mal gucken, der ist eigentlich an, warum höre ich denn nichts? Der ist eigentlich an, warum höre ich denn nichts? Ah, jetzt, jetzt höre ich ja auch was, okay, gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen komisch der Start, dass ihr mir jetzt auch gehört habt, so alles, aber ich musste jetzt gucken, dass hier alles funktioniert, weil ich hätte jetzt nicht so Bock, schon wieder in dem Stream alles zu machen. Ach, wir werden gerade angegriffen, ja, stimmt, das kommt noch dazu. Das ist schön für den Feind. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ihr könnt auf uns zählen. Wir rücken aus. Und weiter. Ähm, verlieren wir gerade? Ähm, ja, wir verlieren gerade, einen Moment. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Wohin gehen wir? Ja. Feuer gefällig? Ja. Oh, das ist nicht gut hier. Es werden Rekruten benötigt. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja. Bogenschützen bereit. Rücken aus. Der Feind befindet sich in der Burg. Ja, ich habe verloren, ne? Ich wollte gerade sagen, das überleben wir nicht, aber das überleben wir. Okay, gut. So. Hier kann ich jetzt auch nicht so viel für. Ich gebe zu, ich habe gerade erst mal Panik gehabt wegen den Leuten in meiner Burg. So, jetzt müssen sie einen größeren Umweg bauen, auf jeden Fall. Und ich brauche mehr davon. Und definitiv. Hier hat sie noch Bäckereien. Und eine Mühle. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ja, ich muss erstmal hier genug Arbeiter haben, um meine Gebäude zu verwalten. Wir benötigen Pech. Und falls sie da rumgehen sollten, möchte ich gewappnet sein. Eure Beliebtheit steigt. Ja, das ist schön. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Habe ich aber. So, und jetzt? Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Erstmal müssen die ganzen Leute anfangen zu arbeiten hier. Und dann höre ich auch nicht aus, sondern sage, ich brauche mehr Holz. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Ja, das sehe ich. Finde ich doof. Ich erhöhe mal die Bevölkerung noch um... Hier hätte ich gerne noch ein Tor, deswegen muss ich das gleich vielleicht nochmal wegmachen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja, wie viele brauche ich denn noch? Die habe ich noch nicht gebaut, weil ich noch kein Holz habe. Und doch, jetzt habe ich Holz. Dafür brauche ich Kuhfarmen, brauche ich dafür nicht. Aber gut, dass du fragst. Käse kann ich auf jeden Fall auch mal machen. Und Jägerständer habe ich auf jeden Fall schon. Alles gut, da ist auch eine Kuhfarme. Da! Gut, versteckt halt nur. Aber ich bin sowieso noch nicht so der Abendbrust-Fan, also alles gut. Hier, das hier muss erstmal funktionieren. Das funktioniert wahrscheinlich nicht, wenn... Durch das gleiche Tor misst, wie die blöden Feinde, ne? Nur sonst habe ich eigentlich alles. Alles gut. Ich habe nichts unter Kontrolle, aber alles gut. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja, dann sollen die mal ein bisschen schnell hinkommen, Sire. Es werden Waffen benötigt, Sire. Was gibt's? Bewegung! Er geht nach oben. Die Truppen des Schweins greifen an. Bin zur Stelle! Es werden Rekruten benötigt, Sire. Schön, schön für die. Könnt ihr bitte erstmal eine Menchies da durchlassen? Oh Gott, das werden immer mehr. Mein Herr? Eure Befehle? Warum werden da so viele? Nicht gut. Bin zur Stelle! Ja! Pfeile bereit! Bogen schützenbereit! Hä? Ich schieße doch auch mit Feuer. Warum? Mein Bogen ist euer. Feuer gefällig? Feuer gefällig? Das muss ich jetzt auch nicht verstehen, ne? Warum das jetzt erst so spät geklappt hat. Aber es ist okay. Gibt auch Sachen, die muss ich nicht verstehen. Ja, du gehst nur nach oben, weil die kommen ja eh durch. Dann geht ihr bitte hoch. Und dann wird das Ding nicht angegriffen. Ja, ich weiß. Ja, der Lord schafft das. Ja, oder er schafft es auch nicht. Ja, die werden aber gerade abgeschlachtet, leider, ne? Boah, das nervt mich so krass, ne? Feuer gefällig? Es werden Rekruten benötigt sein. Ja, dann... Ach, Alter, ey. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Die Rekruten können mich mal. So, wenn die nicht umdrehen würden, wäre hier schon eine, ne? Eure Befehle? Der Feind befindet sich in der Burg. Bin zur Stelle. Oh. 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 Der Feind ist bezwungen. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ja, das ist schön für dir. Ich hasse es. Ich würde hier ein bisschen am liebsten nochmal starten, um ehrlich zu sein, aber... Irgendwie gebe ich auch, so will ich das auch irgendwie nicht. Wir benötigen Holz. Dann soll mein Holz-Typ Sie mal bitte kommen und mir Holz geben. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Oh, mein Gott. Immer dieses Problem mit diesem blöden Rekruten, ne? Können die Ninger ein bisschen schneller spawnen? Kommt schon, ein bisschen schneller hier. Hopp, 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 hopp. Ist euch egal, ne? Ich hab Waffen, die ich benutzen könnte, aber... Weil die hier so langsam spawnen alle, kann ich die nicht... Benutzen. Warum fehlen denn noch so viele Arbeiter? Ist ja richtig doof. Ja, das ist schön für die Beliebtheit. Das bringt mir halt nur leider nix. Nee, komm, wir machen das anders. Das hat so keinen Sinn und Zweck. So Schritt 1. Wir benötigen Holz. Ja, das ist nicht so das Problem diesmal, Tatsache. Weil am Anfang kann ich das immer noch kaufen. Ja, das ist nicht schlimm, alles super. So, jetzt geht die Ninger. Euren Wunsch. Sehr wohl, mein Herr. Treppen brauche ich nicht. Okay. Vielen Dank. Ja, mein Freund. Mit Gott. Ja, bitte. In Bewegung. Wie kann ich helfen? Der Herr ist allgegenwärtig. So, wir gehen einfach mal in Angriffshaltung, dann passt das glaube ich schon ganz gut. So, ich habe Holz bekommen, das ist schon mal sehr gut. Die Steine habe ich hierfür auch genug. Das hätte ich gerne mitten in der Mitte. So, ich weiß, steckt doch alles gut. Eine Botschaft des Schweins. Wie wollt ihr sterben? Falls euch nicht einfällt, ich habe viele Ideen. Wenn ich die Frage beantworten muss, lieber gar nicht, um ehrlich zu sein. Aber ich fürchte, dass wir nicht zur Debatte stehen. Wohin gehen wir? Also dahin erstmal. Ach, ich mag die Burg nicht. Ja, schön, dass wir Pech benötigen. Ich brauche auch Steine und Holz und es gibt mir auch keiner. Die Truppen des Schweins greifen an. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Darf ich mal sagen, dass das so echt Spaß macht? Ich weiß nicht, was mit meinem Internet los ist. So schlecht war das seit meinem Umzug noch nie. Eigentlich hatte ich nach dem Umzug immer gutes Internet. Das ist das erste Mal, dass es so eine Katastrophe ist wie jetzt. Hatte ich noch nie. Wir benötigen Gold. Unsere Schatzkammer leert sich. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ja, da kann ich auch nichts für. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Das ist halt auch einfach gelogen, ne? Ich bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ihr könnt auf uns zählen. Rücken aus. Mein Bogen ist euer. Ihr müsst euch jetzt nicht unbedingt direkt fertig machen. Wir benötigen mehr Gold. Wie, ich benötige noch mehr Gold. Ich hab da schon so viel. Fangen wir halt damit an. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ja, ich weiß. Und wenn ihr fragt, ja, es ist mir egal. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Ja, ich kann's halt nicht ändern, ne? Müssen meine Bäcker ein bisschen schneller machen. Boah, echt. Es tut mir leid. Das ist eigentlich nicht die Qualität, die ich euch bieten möchte, hier. Aber, passt schon. Ja, dafür hab ich ja hier extra noch sowas hingewaut, ne? Jetzt machen wir erstmal hier die Steinproduktion ein bisschen hoch. Ja, hä? Es werden Waffen benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja, jetzt werden Waffen benötigt. Jetzt hab ich zu oft auf das andere gerückt, ne? Bin zur Stelle. Allzeit bereit. Sind auf dem Weg. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ja, da kann ich nix für. Ja, du hast echt gleich Pech, weil du wirst echt da den... Ich werde für dich, denke ich, nicht noch einen extra Bogen schlagen lassen. Ich glaub, das mache ich nicht. Achtung! Wir stehen zu euch. Das ist schön. Eine kleine Soldatentruppe des Schweins befindet sich auf dem Weg zur Burg. Ja, das ist schön für die Truppe des Schweins. Den sage ich auch sehr gerne persönlich Hallo und begrüße Sie. Aber erstmal brauche ich eine Burg. Und bis die steht, muss ich das irgendwie auch überleben. Klingt halt sinnvoll, ne? Dass man erstmal eine Burg hat, die Stand hält. Hier machen wir übrigens mal das Pech wieder vor. Ich weiß nicht, wie wir sie hier herlaufen. Eine Überraschung gekommen. Und auch hier machen wir was vor. So. Ja, finde ich gut. Sollen sie machen. Da kommen sie. Mein Herr. Ich bin weiter nach vorne, bitte.